Was genau erwarten Menschen heute eigentlich von einer Bank? Dass ich mehr als nur irgendein Kunde bin. Dass sie unkompliziert ist und meine Sprache spricht. Dass sie perfekt zu meinen Bedürfnissen passt. Dass sie uns mit passenden Ideen unterstützt. Dass sie sich voll und ganz nach mir richtet. Dass sie versteht, was uns gerade wichtig ist. Dass sie alle meine Fragen beantwortet. Dass sie Banking einfach und klar macht. So geht Bank heute.